Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am Samstagnachmittag. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich zur Spieltagspressekonferenz unseren Cheftrainer Markus Korzynski und unseren Mittelfeld-Offensivspieler Marvin Stefaniak. Die erste Frage, Markus Wiemann, an dich. Hol uns kurz ab, wie ist es ums Personal bestellt? Waren jetzt turbulente Tage? Ja, es waren turbulente Tage, zumindest ein turbulenter Tag für uns. Mit der Nachricht, dass wir nicht trainieren können im Laufe des Tages dann doch Entwarnung. Zum Thema Infektion sagen wir natürlich nichts. Wie gehabt aus der letzten Saison schützen wir natürlich da den Einzelnen. Nach wie vor verletzt sind beide Löwes. Und Robin Becker ist im Aufbau. Lukas Storr wird heute zum ersten Mal mittrainieren, komplett. Sumi ist schon eingestiegen, hat jetzt die ersten zwei, drei Einheiten absolviert und ist schmerzfrei. Und Hati kam in der letzten Woche auch schon zum Einsatz, sodass sich das Lazarett auch langsam lichtet. Es geht nach Saarbrücken zum Aufsteiger, der eine tolle Saison bisher spielt. Was erwartet dich und deine Mannschaft in Saarbrücken? Den letzten Eindruck haben wir ja gestern Abend gehabt, haben uns angeschaut, hier auch im Trainerteam gestern Abend noch zusammen. Eine richtig gute Mannschaft, ein richtig starkes Team, haben eine reife Leistung, glaube ich, gestern abgeliefert, stehen auch zu Recht im Moment da oben. Eine Mannschaft, die sehr geschlossen agiert, auch wenn sie Positionen wechselt, kaum abfällt. Das spricht für ein gutes Team, was jetzt auch zusammengewachsen ist, auch durch den Aufstieg, so eine gewisse Euphorie hat. Von daher wissen wir, dass da ein richtig gutes Team auf uns wartet in Saarbrücken. Und nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir in der Lage sind, auch da zu punkten. Dass wir in der Lage sind, mit einem couragierten Auftritt und mit einem mutigen Spiel nach vorne unser eigenes Spiel durchzuziehen und gar nicht so sehr auf den Gegner zu achten. Glauben war, dass wir auch gegen das Spitzenteam, gerade in der Liga, die sind erst da, dass wir trotzdem in der Lage sind, da was zu holen. Markus, danke auch dir für deinen Einstieg in die Pressekonferenz. Marvin, nochmal herzlich willkommen hier in der AOK Plus, Walter Fritsch Akademie auf dem Podium im Pressekonferenzraum. Schön, dass du da bist. Du gehörtes 2016 zur Aufstiegsmannschaft, kennst die dritte Liga daher ganz gut. Jetzt hast du ein paar Spiele in der dritten Liga im Jahr 2020 gemacht. Gibt es Unterschiede? Ist die Liga stärker geworden, schwächer geworden? Was ist dein Eindruck nach ein paar Spielen, wenn du das vergleichst mit der Stärke der Liga vor vier Jahren? Ich glaube, qualitativ ist es ein bisschen besser geworden, als ich damals in der dritten Liga gespielt habe. Aber ich glaube, es ist nach wie vor auch immer noch eine Kampfliga. Ich glaube, da kann jede Mannschaft jenen schlagen. Und wie der Trainer schon sagte, wenn wir aber auf unser Spiel uns konzentrieren und fokussieren und wirklich unser Ding machen, dann könnten wir eigentlich jeden Gegner schlagen. Du hast schon gesagt, Kampf gehört in dieser Liga dazu. Man hat den Eindruck, dass du auch ein richtiger Kämpfer geworden bist, dass du technisch ein guter Spieler bist, wussten alle. Ist das ein neues Element in deinem Spiel, was du dir in den letzten Jahren zugelegt hast, als du in Wolfsburg und in Nürnberg und Fürth gespielt hast? Ich würde sagen, ich hatte eigentlich schon immer so eine Ader da, wo ich auch mal gerne in einen Zweikampf reingehe und versuche, die Bälle zu gewinnen. Ich glaube aber trotzdem, letztendlich über die Jahre hinweg, wo ich jetzt weg war, ist das ein bisschen noch enormer geworden, die Zweikämpfe anzunehmen und natürlich darüber Impulse der Mannschaft auch zu geben. Und ich glaube, das bringt einem viel und gibt einem viel. Und letztendlich ist es gut, dass man auch über Zweikämpfe ein Spiel findet. Alle Menschen, die auf einer Bühne stehen oder vor Publikum spielen, genießen das sehr und halten das für was sehr Besonderes. Du weißt, wie es in Dresden abgeht, wenn Publikum da ist. Vielleicht einen kleinen Gruß an unsere Fans. Wie sehr fehlen dir eigentlich Zuschauer bei den Spielen? Du kennst das Rudolf Habisch, wenn 30.000 da sind. Wie sehr fehlt das? Ich glaube, das fehlt wirklich enorm. Vor allen Dingen der K-Block. Es sind Situationen im Spiel, wo man die Zweikämpfe gewinnt, da wo die Fans mitgehen, wo die Fans einen mitreißen können. Oder wenn man auch eine Negativphase hat natürlich im Spiel, dann sind trotzdem die Dynamos hinter einem und versuchen trotzdem, einen nach vorne zu peitschen. Und gerade hier in Dresden ist das eine enorm wichtige Rolle, wo wir mit den Fans zusammen agieren können. Und letztendlich ist das wirklich ein Fehl am Platz, die aktuelle Situation. Und wir hoffen natürlich für alle das Beste und schnellstmögliche, dass das wieder nach vorne geht und dass die Fans wieder zu uns ins Stadion kommen können. Hoffen wir, dass die Zeit schnell vorüber geht, auch wenn es wahrscheinlich noch ganz, ganz lange dauern wird. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen. Ihr habt uns einige zugesendet. Wir fangen an mit Thomas Narendorf, Dresden am Ogenpost. Die richtet sich an unseren Cheftrainer. Mit Christoph Dafferner und Philipp Hossiner standen gegen Meppen zwei etalmäßige Stürmer von Beginn an auf dem Platz. Und schon hat es gut geklappt. Wird das jetzt so bleiben oder passen Sie Ihr System an die jeweiligen Gegner an? Das ist ja immer Definitionssache. Rensford ist ja eigentlich auch Stürmer. Es haben sogar drei auf dem Platz gestanden. Marvin Halbstürmer. Also es ist immer Definitionssache, wie man das Ganze auflöst. Natürlich wird es immer mal wieder Veränderungen geben. Natürlich bin ich jetzt nicht unbedingt Freund davon, Dinge an den Gegner anzupassen, sondern eigentlich schaue ich mehr auf uns und zu schauen, wie können wir unsere Stärken ausspielen. Oder die Idee war, wie können wir torgefährlicher werden, wie können wir vom Tor mehr Gefahr entwickeln. Und da war das eine Option, die sich ergeben hat. Und auch im Training schon angedeutet, dass das funktionieren kann. Aber natürlich, wenn ich jetzt die Spiele anschaue vom ersten bis jetzt, da gab es schon eine Menge an Veränderungen. Weil Jungs ein bisschen nachlassen, weil manchmal da einer oder andere verletzt oder gesperrt ist. Das sind dann immer so Leistungsmomente, wo sich Dinge auch immer mal wieder verändern können. Taktisch kann es sein, dass man mal was anpasst oder sagt, jetzt spielen wir eher mit dreien, mal mit zwei Stürmern oder mal wirklich nur mit einem. Das mag sein. Aber eher ist mein Blickwinkel immer, wie können wir unsere Stärken bringen, wie können wir gemeinsam verteidigen als Mannschaft und dabei torgefährlich sein. Und das hat in der Konstellation ganz gut gepasst. Wir bleiben bei Thomas Nachendorf von der Dresdner Morgenpost und auch bei dir und kommen zur Teenie-Revolution in deinem Team. Mit Kevin Ehlers und Ransford Königstürfer stehen zwei Teenies in der Stadtelf. Max Kulke darf jetzt wieder ran, ist ebenfalls erst 19 Jahre alt. Jonathan Mayer ist 20, Julius Kade 21. Jetzt haben Sie vier weitere A-Junionspieler ins Training hochgezogen. Ist Jugendfuscht Ihr Motto oder passierte das notgetrunken, Markus? Das haben wir uns ja schon in den Überlegungen vor der Saison dann auferlegt, dass wir eine gute Mischung wollten zwischen erfahrenen Spielern. Neben den Jungen haben wir auch eine ganze Reihe an Erfahrungen auf dem Platz gehabt. Aber uns war wichtig, erst mal die eigene Jugend zu fördern, die eigenen Jungs stark zu machen, da da auch eine ganze Menge an Qualität da ist, wie man gesehen hat. Und gerade Ehle und Ransford haben das ja auch schon bewiesen und auch schon in der zweiten Liga bewiesen, dass die ihren Mann da stehen können. Und dieser Weg, diese Mischung war uns wichtig. Und ja, man sieht, dass die Jungs zulegen. Auch in Julius Kade, der starke Spiele gemacht hat. Paul Willis ist ja auch noch nicht viel älter. Das sind ja noch, selbst die Älteren, wenn wir sagen, es spielt alt gegen jung, dann sind das manchmal 23-Jährige bei der alten Truppe. Das ist schon extrem gerade, aber es ist gut. Wir haben auf diese Entwicklung gesetzt. Es war Teil unserer Überlegung, auch den Jungs diese Chance zu geben. Auch wie Max Kulke aus den eigenen Reihen zu sagen, man kann erst wirklich sehen, was die Jungs können, wenn sie diese Chance bekommen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, um genauso die Jungs jetzt aus der A-Jugend zu testen, einfach zu schauen, was können die, wie weit sind die, können die jetzt schon eingreifen, möglicherweise auch für das nächste Jahr. Das ist ein ganz wichtiger Baustein für uns in unserer Entwicklung, aber auch grundsätzlich von dem, was wir wollen. Wir wechseln zu dir, Marvin. Jens Umbreit von Radio Dresden fragt, man hat den Eindruck von Spiel zu Spiel, läuft es bei dir besser? Auch deine Standardsituationen sind wieder eine echte Waffe. Wie siehst du selbst die ersten Wochen hier seit deiner Rückkehr in Dresden, was deine Leistung anbetrifft? Von Tag 1 fühle ich mich ja wieder zu Hause, wie es auch ist. Ich glaube, ich hatte viele intensive Gespräche mit vielen hier im Verein, vor allem auch insbesondere mit dem Trainer. Ich fühle mich einfach wieder richtig am Platz und ich glaube, das merkt man mir auch auf dem Platz an. Ich fühle mich einfach wieder gebraucht und ich will einfach der Mannschaft weiterhelfen und nach vorne auch helfen. Ich denke, dass ich das auch in den letzten Spielen gemacht habe und gezeigt habe und wie der Trainer auch schon sagte, wir haben viele junge Spieler und ich bin auch noch junger Spieler, aber schon etwas jetzt mit etwas Erfahrung in meiner Fußballkarriere. Und ich glaube, ich kann der Mannschaft halt enorm weiterhelfen. Und wie du schon sagtest, das habe ich getan und ich hoffe, dass ich dort weiter anknüpfen kann und von Spiel zu Spiel besser werde. Markus, wir kommen wieder zu dir und zu Klaus Kuhn von den Saar News. Herr Koczynski, Sie haben sicherlich die gestrige Begegnung des FCSG in Duisburg verfolgt, hast du ja schon gesagt eingangs. Wo sehen Sie die Stärken und wo sehen Sie die Schwächen der Saarländer? Ja, erst mal, so wie ich es gesagt habe, ein gutes Kollektiv, die gut aufeinander abgestimmt sind, die gemeinsam angreifen, die gemeinsam verteidigen, die einen guten Ideenplan nach vorne haben, auch individuell gute Leute haben mit Jakob, mit Deville, auch Schiebnowski rechts. Das sind alles starke Offensivleute, die torgefährlich werden können, die in die Tiefe gehen können, die gut eingesetzt werden. Also insgesamt ein gutes Kollektiv in beide Richtungen. Über die Schwächen, glaube ich, brauche ich nichts sagen. Das macht man sowieso nicht. Wir bleiben bei dem Kollegen Kuhn von den Saar News. Welchen Stellenwert misst du der aktuellen Tabelle zu? Das ist schon ein Fingerzeig. Also die ersten drei Spiele nicht, die ersten sechs vielleicht nicht. Aber so nach und nach kann man schon was ablesen. Und wenn man an dem Spieltag, wo man dann Erster ist, dann ist das schon auch ein Wort. Und so wie ich es gesagt habe, traue ich Saarbrücken auch zu, dass sie dann wörtlich mitreden bis zum Schluss, dass da vielleicht was heranwächst oder dass im Moment auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft ist und eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft ist. So, tauchen wir wieder in die Fragen von Thomas Nachendorf von der Dresdner Mogenpost ein. Die erste Frage würde ich beantworten. Da geht es um, ich stelle sie einfach erst mal und dann beantworte ich sie. In der Vorwoche vor Zwickau, zweieinhalb Stunden vor Anpfiff der Partie entfernt von der Absage, bleiben die Vereine auf den Kosten sitzen, wenn sie unverrichteter Dinge wieder abreißen müssen oder übernimmt dies der Verband. Da geht es um die kurzfristigen Spielabsagen, die vor allem jetzt durch die Corona-Pandemie entstehen. Es ist so, dass die Vereine die Kosten komplett tragen. Dafür gibt es keine Spielausfallversicherung oder ähnliches. Das Gleiche betrifft die Corona-Testreihen, auch das tragen alle Drittligisten selbst und da entstehen hohe Kosten, logischerweise. Die zweite Frage, Markus von Thomas Nachendorf, in dem Zusammenhang würde ich gerne dir stellen. Wie ist das derzeit generell bei Auswärtsspielen? Läuft der Betrieb im Hotel gerade zu den Essenszeiten normal oder gibt es da die gleichen Einschränkungen wie für den normalen Bürger, wenn er ein Hotel besucht? Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, wie das jetzt bei den Auswärtsspielen geregelt ist. Ja, es gibt Einschränkungen. So wie es beim normalen Hotelbesuch auch ist. Normal, wenn man rumläuft im Hotel, trägt man Maske. Auch bei der Ankunft, zu jeder Gelegenheit trägt man Maske. Wenn wir dann am Tisch sitzen, natürlich nicht, so wie im Restaurant oder wie es normal auch ist, macht man die Maske ab. Ansonsten ist es, wie gesagt, ganz normal, wie für jeden anderen auch. Wir achten schon darauf, dass wir wenig Kontakt haben. Wir haben eigene Besprechungsräume, natürlich. Wir haben aber auch eigene Essensräume, auch eigene Frühstücksräume, sodass der Kontakt mit anderen Gästen ganz minimal ist. Dem geht man nach Möglichkeit aus dem Weg. Wie gesagt, und ansonsten eigentlich komplett mit Maske. So, wir kommen zu Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung. Zunächst vier organisatorische Fragen. Wann wurde heute die Corona-Testreihe vorgenommen? Wann rechnet Dynamo mit den Ergebnissen der Testreihe? Wann bricht die Mannschaft Richtung Saarbrücken auf? Und wie kommt sie nach Saarbrücken? Soll ich das beantworten, Markus? Das kann ich gerne machen. Gut. Also wollen wir nochmal, soll ich die Fragen einzeln nochmal stellen? Nein. Hast du alle behalten? Wahnsinn. Alles hier drin. Ich versuche es. Beeindruckend. Ich bin gespannt. Ich gehe chronologisch vor. Und zwar die Testreihe, also getastet wird heute, jetzt gleich im Anschluss. 12.30 Uhr geht es los, ungefähr eine Stunde bis alle durch sind, Stunde, Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Die Ergebnisse erwarten wir dann heute Abend. Es ist mittlerweile, ja, kam nochmal eine Meldung, dass getestet oder die Ergebnisse da sein müssen, bevor man losfährt. Es gab ja jetzt auch schon mal Momente, wo eine Mannschaft unterwegs war im Bus und dann umgedreht ist oder diesen möglichen positiven Fall dann mit im Bus hatte. Das will man natürlich vermeiden. Deswegen erwarten wir die Ergebnisse heute Abend. Und dann trainieren wir morgen noch hier, treffen uns um 8. 8.30 Uhr Training, kurzes Video, Standardsituation und dann fahren wir mit dem Bus. Wir hatten einen möglichen Flug geplant, aber der ist natürlich auch Corona zu Opfer gefallen. Das heißt, wir sind morgen 7.30 Uhr circa, plus, minus, ja, plus, minus, das werden wir sehen, im Bus und kommen dann irgendwann nachmittags um 5, um 6, irgendwann 17, 18 Uhr in Saarbrücken an. Und ich bin beeindruckt. Marwin, ob uns das gelungen wäre, bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist einfach chronologisch. Eine Frage von Daniel Klein an den Trainer und an Marvin. Dynamo hat in der dritten Liga bisher vier Spiele gewonnen gegen Kaiserslautern, Magdeburg, Lübeck und Meppen. Diese vier Mannschaften stehen in der Tabelle derzeit auf den Plätzen 17 bis 20, also ganz unten. Ist das porer Zufall eurer Meinung nach oder kann man daraus etwas ableiten? Wer macht den Anfang? Marvin, willst du einen Anfang machen oder überlassen wir das? Wir überlassen den Anfang dem Trainer besser. Das kann man noch nicht sagen. Es ist auch die Spiele, Bayern München steht jetzt auch nicht oben, ist jetzt gerade so ins untere Mittelfeld gekrabbelt. Von daher, ja, Mannheim ist auch noch im Mittelfeld. Man kann das erst, glaube ich, nach der Hinrunde wirklich beantworten. Und jedes Spiel ist irgendwie anders und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die Spiele einfacher waren. Egal, ob in Kaiserslautern in Unterzahl gekämpft, in Lübeck in Überzahl kämpfen müssen. Und ich glaube, dass uns jetzt harte Kämpfe erwarten. Ich traue mich zu dem Moment, da noch keine Prognose abzugeben. Marvin, du warst auch gefragt. Magst du noch etwas ergänzen? Oder ist alles gesagt? Nee, der Trainer sagt eigentlich schon alles. Ich glaube, man kann in der dritten Liga halt nicht wirklich irgendwas ableiten von irgendwelchen Spielen oder Sonstiges. Es wird wirklich viel gekämpft auf dem Platz und wir versuchen natürlich trotzdem, über fußballerische Leistung zu kommen. Und man kann aber nicht irgendwas von irgendwas ableiten. Und der Trainer hat eigentlich alles gesagt. Aber ich wollte einfach noch was dazu sagen, dass man meine Stimme immer wieder hört. Die nächste Frage, wir bleiben bei Daniel Klein, bei seinem Fragenkatalog von der Sächsischen Zeitung. Die Frage haben wir schon indirekt ein bisschen beantwortet. Ich stelle trotzdem eine Nachfrage dazu, falls noch nicht beantwortet, schreibt der Kollege Klein. Tut sich Dynamo gegen Mannschaften, die derzeit in einer kleinen Krise stecken und somit vermeintlich etwas schwächer sind? Leichter, Markus. Ja, das werden wir sehen. Das habe ich gerade schon, glaube ich, beantwortet. Kann man so auch nicht sagen. Man schmeißt das alles in einen Topf. Weil München hatte vorher auch nicht wirklich geglänzt und hat dann gegen uns gewonnen. Die waren in der Krise und haben dann gegen uns gewonnen. Also das wäre zumindest ein Gegenbeispiel dafür. Deswegen, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch wurscht. Ich freue mich jetzt auf starke Gegner, auf die Nummer eins der Tabelle. Wir können uns beweisen, wir können auswärts zeigen, was wir können und wollen natürlich ein gutes Spiel abliefern und auch was mitnehmen. Und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Nun kommen als Gegner mit Saarbrücken, 1860 München, Hansa Rostock, die aktuellen Spitzenteams der Dritten Liga. Sind diese drei Duelle schon richtungsweisend für dich und deine Mannschaft? Markus, fragt Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung. Ja, was ist das nicht? Welche Spiele sind nicht richtungsweisend? Das geht immer um drei Punkte. Das ist immer wichtig. Und letzten Endes muss man immer punkten oder immer Punkte anstreben und immer alles geben. Das verändert sich nicht so fürchterlich viel. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir auch für jeden Gegner auch gefährlich sind. Dass auch die Gegner sich erstmal überlegen müssen, wie sie uns schlagen. Und letzten Endes sind dann die Spitzenteams wie 1860 München einen Punkt von uns entfernt und Saarbrücken jetzt vielleicht drei. Also ich glaube, dass diese Unterschiede gerade minimal sind. Und wir versuchen, die minimal zu halten und versuchen, uns in dieser Spitzengruppe festzubeißen. Und da sind die Spiele, die kommen natürlich jetzt wichtig. Aber ich habe auch noch keine unwichtigen Spiele bisher gehabt. Wir bleiben bei Herrn Klein. Der 1. FC Saarbrücken hat am Mittwochabend ein Nachholspiel bestritten gegen Duisburg. Haben wir schon darüber gesprochen. Ist das ein Vorteil für dein Team, für Dynamo Dresden, weil der Gegner weniger Regeneration hatte? Oder wiegt das die Irritation um die Corona-Tests gestern auf, vorgestern auf? Ja, sowas kann man nicht zuordnen. Sowas kann man dann nicht letzten Endes belegen und beweisen. Und mal ist es gut, dass es direkt weitergeht. Man erholt sich, kann nicht trainieren. Wir haben eine Reise, die auch, keine Ahnung, wir haben da Irrungen und Wirrungen. Es ist, glaube ich, am Ende nicht messbar, nicht beweisbar. Die werden alles geben, wir werden alles geben. Und dann werden kleine Momente auf dem Platz wieder entscheiden, wer als Sieger dann vom Platz geht. So, wir senden erstmal liebe Grüße an Tobi Jenicke nach Saarbrücken. Das ist ein ehemaliger Spieler von uns und ein liebenswerter Mensch. Tim Stegel stellt dazu die passende Frage von der BILD in Dresden. Tobias Jenicke ist beim 1. FC Saarbrücken der Mann der wichtigen Tore. Traf erst gestern zum 3.2 Sieg in letzter Sekunde in Duisburg. Wird Dynamo auf ihn ein besonderes Auge haben? Kann er den Unterschied ausmachen in so einem Spiel? Ja, er hat bewiesen, dass er ein wichtiger Spieler ist. Ich glaube, dass Saarbrücken mehrere torgefährliche Spieler hat. Er ist natürlich aus dem Mittelfeld jemand, der für Gefahr sorgen kann. Wir werden jetzt ihm ganz normal begegnen, ihm ganz normal im Raum aufnehmen, in seiner Position, die er auch gewechselt hat. Auch gestern waren viele Wechsel dabei. Deswegen sind wir uns noch gar nicht sicher, wer wo spielt. Spielt letzten Endes auch keine Rolle. Es ist so, wie ich es gesagt habe, dass wir schauen, was müssen wir für den Fußball spielen. Welche Räume ergeben sich für uns? Der Gegner hat auch schon in unterschiedlichen Formationen gespielt, sodass ich gar nicht alle Eventualitäten da heraufbeschwören kann, sondern es tatsächlich auf uns selber ankommt. Und da sind genug gefährliche Spieler bei Saarbrücken. Wir haben die aber auch. Deswegen, ja, guter Junge. Auch, haben wir letztes Jahr schon auch gesehen, hat sich echt da festgebissen. Freut mich. Aber wir schauen auf uns, machen unser Ding. Marvin, wieder zurück in die Baller Erwartungshaltung. Nächsten Fragen kommen an dich. Tim Schlegel fragt dich. Man hat das Gefühl, dass dir mit dem Wechsel nach Dresden die Lust am Fußball zurückgekommen ist. Was sich auch an deinen Leistungen zeigt. Siehst du das auch so, dass die Lust am Fußball zurück ist? Du hast das eingangs schon etwas beantwortet. Frag dich trotzdem nochmal. Ja, natürlich. Ich glaube, mich freut es sehr, dass es andere auch auf jeden Fall sehen, dass ich wieder die Lust am Fußball habe. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, mir sind einfach wieder, oder ich kriege einfach wieder von außen Vertrauen geschenkt, wo ich meine Leistung auf den Platz bringen kann, dass ich gebraucht werde. Da hat der Trainer einen großen Teil daran, oder beigetragen dazu. Dass er mich natürlich auch von Anfang an spielen lässt in der kurzen Zeit. Aber natürlich verstehe ich mich auch super mit den Jungs und die geben mir auch ein gutes Gefühl. Und letztendlich ist das eine gute Mannschaft, wo wir uns alle miteinander verstehen. Und die tun natürlich auch meine Lust zum Fußball zurückbringen, weil ich bin nicht alleine dafür verantwortlich. Das ist alles drumherum. Und ich denke, dass ich, oder man sieht einfach, dass ich wieder eine Heimat bin und wieder Lust am Fußball habe. Und ich bin einfach froh, hier zu sein. Wenn man mal ausblendet, dass ein Fußballspieler grundsätzlich dort spielt, wo der Trainer einen hinstellt, fragt dich Tim Schlegel. Was liegt dir mehr, die Außenbahn oder das Zentrum gegen Meppen? Hatte man ja den Eindruck, du warst überall. Ich glaube, viele Dresdner wissen, dass ich ein linker Flügelspieler bin eigentlich. Ich habe aber in den letzten Jahren viel dazu gelernt, wie man sich auch in der Mitte verhält und wie man auf der Zehn spielt. Der Trainer sieht mich mehr in der Mitte. Da, wo ich die Mannschaft auch natürlich unterstützen kann, viele Bälle fordern kann und versuchen kann, der Mannschaft ein gutes, positives Gefühl zu geben nach vorne. Und ich kann ja schon die Ruhe ins Spiel reinbringen letztendlich. Und ja, deswegen, ich bin eigentlich für die Offensivreihe für alles bereit, wo der Trainer mich sieht. Das ist seine Entscheidung. Aber letztendlich, egal wo ich spiele, ich will einfach das Team helfen und die wichtigen Punkte einfahren immer. Kommen wir zum Thema Corona nochmal. Jens Unbreit, Markus, die Frage geht an dich, von Radio Dresden fragt. Bestehen Erkenntnisse, dass es zwischen den Corona-Fällen in Meppen, für den Zuschauer, der es vielleicht nicht mitbekommen hat, es gab sieben Fälle in dieser Woche in Meppen bei unserem vergangenen Gegner und den Fällen, die es jetzt bei uns gab? Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang? Das sehe ich als unwahrscheinlich an. Natürlich gibt es keine Beweise. Da das Virus nun mal unsichtbar ist, kann man das natürlich definitiv nicht belegen. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Wir sehen uns nur im Freien begegnet und die Ansteckungsgefahr ist in geschlossenen Räumen bei intensiven Kontakten größer. So die Fachleute, sodass wir das nicht glauben, dass es daherkommt. Es ist einfach so, dass wir natürlich Teil der Gesellschaft sind. Es ist eine hohe Infektionsrate gerade und von daher trifft es uns genauso. Da wir uns natürlich auch im freien Raum bewegen und nicht nur auf dem Fußballplatz. Er trifft uns das genauso wie jeden anderen Menschen auch. Und ich glaube, daher kommen die Zahlen. Wir müssen jetzt schauen, dass es aus der Mannschaft raus ist. Letzten Endes werden wir heute Abend, glaube ich, genau darüber Bescheid wissen, wie sich das verhält. Das ist, glaube ich, wichtig, weil wir nun mal schon zusammensitzen. Auch wenn wir im Bus jetzt auch am Wochenende die Maske aufhaben werden, ist man natürlich dann schon mal eher in geschlossenen Räumen. Aber mit Mappen gab es jetzt keinerlei Kontakte außerhalb des Spielfeldes. Von daher sehe ich da den Zusammenhang nicht. Genau, dann warten wir die Testreihe, die heutige ab und dann sind wir schlauer, wie es bei uns konkret aussieht. So, wir kommen zur vorerst letzten Frage. Ein Hinweis an die Kollegen daheim. Wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte stellt sie jetzt in die WhatsApp-Gruppe. Ansonsten würde ich dann mit den Infos zum Spiel schließen. Letzte Frage an euch beide. Kommt von Jens Umbreit, Radio Dresden. Am Sonntagabend wird die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Marvin, Markus, gibt es für euch einen Wunsch los? Habt ihr einen Überblick darüber, wer noch dabei ist? Markus, bei dir vielleicht Schalke 04 als deine Heimat. Ja, warum nicht? Ja, wäre cool. Hab jetzt nicht einen wirklichen Wunsch, sondern wir nehmen, wie es kommt. Ein richtiger Kracher, wäre cool. Zweite Pokalrunde ist erstrebenswert, ein gutes Spiel zu haben. Ja, aber egal, was kommt. Wir haben Bock drauf, das erste Spiel. HSV hat schon Bock gemacht auf mehr. Warum nicht Schalke 04? Gerne. Marvin, wen wünschst du dir als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk? Es ist ja unmittelbar vor Weihnachten, wenn wir spielen. Sind Fürth, Nürnberg, Wolfsburg noch dabei oder hast du einen anderen Wunschgegner? Konkret jetzt einen Wunschgegner nicht, aber ich glaube, wenn Kreuter Fürth oder Wolfsburg dabei wäre, könnte man natürlich schon was zurückzeigen oder geben. Ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber ich finde nicht die passenden Worte. Aber ich glaube, dort könnte man schon enorm, oder egal welcher Gegner das ist, letztendlich. Ich glaube, wenn es ein höher liegender Gegner ist, der mehr Ambitionen hat und wir als Drittligist wehtun könnten, ich glaube, das wäre cool für die Mannschaft, das wäre cool für die Fans und wir sind bereit und wir wollen natürlich auch wieder in die nächste Runde einziehen. Du stehst ja auch noch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Da muss man sich in aller Diplomatie ausdrücken. So, die Infos von mir zum Spiel. Fragen sind keine mehr dazugekommen. Anschluss am Samstag, 7. November um 14 Uhr. Zuschauer sind deutschlandweit aufgrund der bekannten und aktuellen Infektionslage nicht zugelassen. Schiedsrichter steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und das war's. Unser Nachwuchs ruht ebenfalls wie alle anderen Mannschaften leider. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Fragen der Journalisten und Journalisten zu Hause. Vielen Dank Markus. Vielen Dank Marvin. Vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss.